Open Source Firewalls wie OpenSense oder PFSense sind mittlerweile sehr zuverlässige und weitverbreitete Lösungen. Allerdings fehlten diesen im Vergleich zu kommerziellen Lösungen bisher Features wie eine Deep Package Inspection, ein anwendungsbasierter Filter oder auch einfach klassisches Webblocking. Deshalb zeige ich dir in diesem Video, wie du deine bestehende Open Source Firewall mithilfe einer sehr mächtigen Erweiterung zu einer KI-basierten Next Generation Firewall aufhusten kannst. Was genau es damit auf sich hat, das siehst du jetzt. Vielen Dank an Sunny Valley für das Sponsoring dieses Videos. Künstliche Intelligenz und Machine Learning sind Entwicklungen, die mittlerweile in zahlreichen Bereichen der IT Einzug gehalten haben. Das reicht von einer einfachen Gesichtserkennung für Fotos bis hin zum Schutz von kritischen Daten und Infrastruktur mithilfe von eben kommerziellen Firewall-Lösungen. Viele setzen bei ihrer Firewall-Lösung auf Open Source Lösungen wie eben PFSense oder OpenSense. Grundsätzlich ist daran ja auch wirklich nichts auszusetzen. Die haben durchaus ein hohes Maß an Sicherheit und bieten viele der Firewall-Funktionen, die man auch in kommerziellen Firewalls findet. Allerdings muss man auf viele der sogenannten Next Generation Firewall-Funktionen weitgehend verzichten, da sie zumindest nicht im bisherigen Grundfunktionsumfang mit enthalten sind. Das kann teilweise durch manuelle Konfiguration und individuelle Erweiterungen für jeden Dienst, den man da halt so braucht, kompensiert werden, aber das ist eben auch mit viel Aufwand in der Konfiguration und Wartung verbunden. Bedeutet das nun im Umkehrschluss, dass man für kommerzielle Anwendungen und um den neuen Arten von Bedrohungen gewachsen zu sein, komplett auf den Einsatz von Open Source Firewalls verzichten sollte? Das würde ich grundsätzlich verneinen. Heutzutage werden Open Source Firewalls schon lange nicht mehr nur von Open Source Enthusiasten in deren Homelabs eingesetzt, sondern viele Open Source Dienstleister, wie auch ich, setzen gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen gerne Open Source Firewalls ein. Zum einen, weil sie ein hohes Maß an Flexibilität bieten und natürlich auch, was die Kosten angeht, ganz offensichtlich hier einige Vorteile haben. Das Ganze macht vor allem Sinn, da die modernen Next Generation Firewall-Funktionen mittlerweile auch bei Open Source Firewalls problemlos einfach sozusagen nachgerüstet werden können. Eine Lösung dafür ist die Next Generation Firewall von SenArmor. Die SenArmor Next Generation Firewall ist eine Erweiterung, die man einfach zu seiner bestehenden Open Source Firewall wie PFSense oder eben OpenSense hinzufügen kann und dadurch seine Firewall auf ein Enterprise Niveau heben kann. Um eine erhöhte Sicherheit zu gewährleisten, verwendet SenArmor eine umfangreiche Datenbank, die verdächtige Anwendungen, Websites und andere Arten von Bedrohungen erkennt. Die Klassifizierung von Bedrohungen wird durch künstliche Intelligenz unterstützt und findet innerhalb des sogenannten Cloud Threat Intelligence Systems statt. So können auch Zero-Day-Exploits oder Phishing-Attacken in Echtzeit verhindert werden. Der Aufbau des Bedrohungsschutzes als Cloud-System bietet hier eine Reihe von Vorteilen. Erhält beispielsweise ein SenArmor-Nutzer eine Bedrohung von einer neu registrierten Domain, wird diese Website automatisch für alle anderen SenArmor-Nutzer weltweit gesperrt und so natürlich die Sicherheit ganz klar erhöht. Neben dem KI-basierten Bedrohungsschutz bringt SenArmor weitere interessante Funktionen für Open Source Firewalls mit. Als jemand, der persönlich natürlich Wert auf Design legt, gefällt mir die moderne Benutzeroberfläche, die SenArmor mitbringt, mit am meisten, muss ich ehrlich sagen. Hier kann man das Verhalten seines Netzwerks visuell analysieren und um das Ganze noch einfacher zu machen, bietet die Software auch einige praktische Filteroptionen. Über diese Benutzeroberfläche könnt ihr dann aber auch alle anderen Next Generation Firewall-Funktionen hier konfigurieren. Kommen wir mal vom Thema Benutzeroberfläche hin zum Thema Benutzer. In SenArmor muss man keine Firewall-Regeln mehr IP-basiert einrichten, sondern hier kann man Regeln auf Benutzerebene definieren, was das Ganze deutlich übersichtlicher macht. Dazu kann man beispielsweise seinen Active Directory Server mit SenArmor verbinden und darüber die Benutzer dann importieren. Dank Deep Package Inspection kann man mit SenArmor auch Bedrohungen blockieren, die einfache IP, DNS oder Port-basierte Filter nicht identifizieren können. Als Admin bekommt man ja in der Regel mit der Zeit ein Gefühl, von welchen Webseiten, naja, man besser mal die Finger lassen sollte. Aber das trifft leider bei weitem nicht auf alle Nutzer zu. Hier kann einem SenArmor mit seinem Web-Security-Funktion helfen. SenArmor packt über 300 Millionen Webseiten in 60 verschiedene Kategorien, die man mit nur einem Klick ganz einfach blockieren kann. Das Ganze ist aktuell noch in der Startphase, aber mir hat das SenArmor-Team bereits vorab mitgeteilt, dass sie Bright Cloud Threat Intelligence zu deren Business-Abonnements hinzufügen werden. Das ist natürlich eine ziemlich spannende Entwicklung, denn Bright Cloud ist die weltweit größte Community zum Sammeln und Teilen von Informationen über Cyberbedrohungen. Bright Cloud bringt hier bereits eine Community mit über 150 der größten aktiven Anbieter der Sicherheitsbranche mit. Diese Funktionen sind übrigens nicht nur für Webseiten verfügbar, sondern auch für Anwendungen, die man hier auch ganz einfach über Kategorien sperren kann. Darüber hinaus bietet SenArmor ein zentrales Cloud-basiertes System zur Verwaltung seiner individuellen Firewall-Installation, mithilfe dessen die einzelnen Instanzen ganz einfach verwaltet werden können. Also sehr ähnlich wie das andere Firewall-Anbieter auch tun. Wem jetzt aber die Idee der Cloud nicht so ganz gefällt, der kann die Funktion auch einfach deaktivieren und nach wie vor die Firewall einfach lokal verwalten. Man kann SenArmor aber nicht nur über die Browser-UI steuern, sondern SenArmor bietet auch eine RESTful-API, mit der man das Tool steuern, Informationen zum Monitoring abrufen oder auch zur Authentifizierung nutzen kann. Die Installation von SenArmor ist wirklich sehr einfach. Das Ganze ist eine reine Software-Firewall und kann praktisch überall eingesetzt werden. Darüber hinaus ist SenArmor nicht sehr anspruchsvoll in Bezug auf die Hardware-Ressourcen und kann auch wirklich auf recht einfache Hardware problemlos installiert werden. Grundsätzlich benötigt man eigentlich nicht mal eine richtige Hardware-Firewall, um SenArmor nutzen zu können. Mal in Theorie betrachtet, kann man theoretisch einfach einen Linux-Server mit einer Dual-Port-Netzwerkkarte hernehmen. Dazu installiert man dann einfach SenArmor auf seinem Server, setzt die Netzwerkschnittstelle in den Bridge-Modus, verbindet seinen Router eben mit dem einen Port und den Switch mit dem anderen Port und schon ist sein Netzwerk eben mit SenArmor geschützt. Das ist natürlich eine sehr theoretische Geschichte, die ich euch jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, aber am besten installiert man natürlich SenArmor auf einer bestehenden Open-Source-Firewall. Hier ist SenArmor einfach ein Add-on, wie es natürlich für diese Arten von Firewalls schon viele gibt und lässt sich auch sehr einfach installieren. Im Allgemeinen dauert die Installation von SenArmor weniger als 5 Minuten und wenn ihr dazu an einem detaillierten Video interessiert seid, dann lasst es mich doch einfach in den Kommentaren wissen. Wichtig ist natürlich, dass sich dadurch nichts an der bisherigen Konfiguration der Open-Source-Firewall ändert, sondern SenArmor hier einfach immer zusätzlich agiert. Kommen wir also so ein bisschen zum Fazit. SenArmor ist eine Netzwerksicherheitslösung für Heimanwender, die mit Open-Source-Firewalls wie OpenSense, PFSense oder auch anderen gängigen Linux-Distributionen wie Ubuntu oder CentOS vertraut sind. Mit der Cyber-Thread-and-Talent-Staatenbank von SenArmor erhält man Sicherheit, die durchaus mit Enterprise-Lösungen vergleichbar ist. Ebenfalls sehr interessant finde ich, dass die Software auch auf Low-End-Hardware mit Minimalanforderungen wie 2 GB RAM und einer Dual-Core-CPU installiert werden kann. SenArmor ist also eine Next-Generation-Firewall-Erweiterung, die Open-Source-Firewall sozusagen bekräftigt, würde ich mal sagen. Egal, ob es dabei darum geht, die Sicherheit von Unternehmen mit mehreren Niederlassungen zu gewährleisten oder das Ganze auch in kleinen oder mittelständischen Unternehmen eingesetzt wird, bis hin natürlich zum ganz einfachen Einsatz im Heimnetz, um dieses optimal abzusichern. Wenn das ganze Thema nun für dich spannend klingt und du mehr über die SenArmor Next-Generation-Firewall und deren Funktionsweise erfahren möchtest, dann klicke gerne einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort erhältst du auch 15% Rabatt auf die Jahresabos. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr dieses Video hier informativ fandet. Und wie bereits erwähnt, wenn ihr euch mehr Videos zum Thema SenArmor wünscht, beispielsweise wie man das Ganze auf einer PFSense-Firewall installieren kann, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal! Zusehen und hier.